Hate Speech auf Deutsch, Hassrede, unterliegt weder wissenschaftlich noch rechtlich einer allgemeingültigen Definition. Daneben gibt es weitere Begrifflichkeiten wie Cybermobbing oder Shitstorm, die nicht immer trennschaft voneinander abzugrenzen sind. Sie vermischen sich vor allem in der Alltagssprache. Nach dem Verständnis des Europarats umfasst der Begriff Hate Speech jegliche Ausdrucksformen, welche Rassenhass, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder andere Formen von Hass, die auf Intoleranz gründen, propagieren, dazu anstiften, sie fördern oder rechtfertigen. Hate Speech ist also eine spezifische Form der Intoleranz, und zwar gegen soziale Gruppierungen oder Individuen, denen eine oder mehrere kollektive Identitäten zugeschrieben werden, beispielsweise Migrantinnen aufgrund ihrer Ethnizität. Der Begriff Hate Speech wird mittlerweile aber nicht mehr nur im Kontext von Rassismus, sondern in Bezug auf jegliche Ebenen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit angewendet. Wichtig ist zu wissen, dass jede Person im Internet Hass erfahren kann, aber nicht jede Person gleichgefährdet ist. So sind auch Forscherinnen in der Öffentlichkeit teilweise gehässigen Kommentaren ausgesetzt. 2021 wurde eine Astrophysikerin der Universität Bern im Internet angegriffen, und zwar vor allem, weil sie eine Frau mit Professur in einer naturwissenschaftlichen Disziplin ist. Für einige eine männerdominierte Position, was als Reaktion zu sexistischen Hasskommentaren führte. Ein bedenklicher Großteil der Angriffe trifft Frauen und spezifisch Frauen im öffentlichen Raum. Diese Personen werden aufgrund eines oder mehrerer Identitätsmerkmale diskriminiert. Dabei attackieren die Kommentare die kollektive Identität der Person und nehmen selten Bezug auf inhaltliche Aspekte. Aus der Perspektive als Universität, die sich explizit gegen Hate Speech stellt, ist es wichtig, öffentliche Personen als VertreterInnen von politischen oder weltanschaulichen Überzeugungen als Betroffene mitzudenken. Neben dem Charakteristikum der Menschenfeindlichkeit wird das Konzept Hate Speech auch als Spektrum von negativen Diskursen unter anderem in der medialen Öffentlichkeit verstanden. Durch den digitalen Raum hat das Phänomen weiter zugenommen. Der Begriff Hate Speech entstand aus der Benötigung eines passenden Begriffs für Hass im Internet. Durch die Komplexität und Schwierigkeit einer eindeutigen Definition benutzt die Universität Bern den Begriff Hate Speech für jegliche Ausdrucksformen, welche auf Intoleranz gründen, diese propagieren, fördern oder rechtfertigen bzw. dazu anstiften. Darunter fallen nicht nur rassistische und fremdenfeindliche motivierte Äußerungen, sondern ebenso herabwürdigende Äußerungen gegen andere Personen oder Personengruppen aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, der Religion, einer physischen oder psychischen Behinderung, der Lebensform, des Alters, der sozialen Stellung bzw. Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, der politischen oder weltanschaulichen Überzeugung. Eine Hassrede kann sich direkt an die angegriffene Person richten oder aber indirekt, indem eine bestimmte Person oder eine Personengruppe im Fokus der Äußerung steht. Aber wer sind diese Hate Speaker? Hate Speaker bilden eine heterogene Gruppe. Es gibt frustrierte WutbürgerInnen, die ihre eher einmalige und individuelle Aggression kundtun, menschliche und algorithmisierte Trolle, die Diskussionen stören wollen, um respektvolle Diskussionskulturen zu unterbinden und NutzerInnen zu vertreiben. Und es gibt politisch motivierte TäterInnen, welche mit ihrer Hassrede strategisch Meinungen beeinflussen, Hass schüren und verharmlosen. Hassrede ist ein essentielles Werkzeug von rechtskonservativen bis rechtsextremen Medienstrategien. Studien zeigen, dass vor allem neue Parteien und Gruppierungen der Rechten soziale Medien benutzen und ein Großteil der Hasskommentare dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen ist. Auch wenn über die Typologie der Hasssprechenden noch wenig bekannt ist, lässt sich sagen, dass die meisten Kommentare im Internet von Männern geschrieben werden und vor allem frauenfeindliche Kommentare von politisch rechtsorientierten und geschlechterungleichheit befürwortenden Personen stammen. Hate Speech ist nichts Neues, denn sie passiert auch offline. Online ist Hate Speech aber deutlich einfacher und je nach Motivation verheerender. Nehmen wir das Bild des Wutbürgers wieder auf und fragen uns, würde er das auch auf der Straße tun? Wahrscheinlich nicht. Soziale Konventionen und Empathie würden diese Personen vermutlich daran hindern. Doch im digitalen Raum herrscht ein Verlust von Sinneswahrnehmungen, die unsere Interaktion elementar beeinflussen und Hemmschwellen für Hate Speech minimieren. Schauen wir auf politisch motivierte Hate Speech ergeben sich zusätzliche Gründe. Wer im Internet Hass verbreitet, kann viele Menschen erreichen. Soziale Medien werden immer mehr zu einem wichtigen Ort der Meinungsbildung und gewinnen an politischer Wichtigkeit. Dass Hate Speech nicht wünschenswert ist, wissen wir vermutlich. Doch sind wir uns auch den gesellschaftlichen Auswirkungen bewusst? Hate Speech bleibt nicht nur ein geschriebener Satz im Internet, sondern wirkt sich auch auf mehrere Arten aus. Für Betroffene ist Hate Speech eine starke psychische Belastung. Journalistinnen berichten, ihre Kommunikation nach Angriffen zu verändern oder sich sogar aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Der digitale Rückzug bedeutet eine klare Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit. NutzerInnen von Online-Plattformen werden auch in ihrer Nutzung dieser Plattformen sowie in ihrer Meinung beeinflusst. NutzerInnen berichten, sich nicht in Kommentarspalten zu beteiligen, wenn diese Hate Speech oder toxische Sprache aufweisen. Weiter fördert Hate Speech Stereotypisierungen und Diskriminierungen von Gruppen. Nicht zuletzt durch die Abstumpfung der LeserInnen, wenn diese stetig mit Hate Speech oder toxischer Sprache konfrontiert sind. Im schlimmsten Fall aber führt Hate Speech zu physischer, ausgeführter Gewalt. Dies ist der Fall, wenn einzelne NutzerInnen oder mehrere Menschen durch Hate Speech zu Gewalttaten motiviert werden. Ein tragisches Beispiel sind die antimuslimischen Gewalttaten, in Myanmar 2014, welche durch Desinformationen und Hate Speech verursacht wurden. Hate Speech klar zu erkennen ist jedoch schwierig. Dies hat mehrere Gründe. Hate Speech liegt in einem komplexen Zusammenhang mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und dem Recht von Gruppen. Hassrede lässt sich meist nicht an einem einzelnen Wort ablesen, sondern nur in einem Kontext lokalisieren. Was als Hassrede gilt, ist also situativ und dadurch subjektiv. Häufig ist Hassrede also nicht klar erkenntlich. Vielfach ist Hassrede implizit, versteckt hinter Humor oder erwähnt strategisch keine Adressatinnen. Was ist das? 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 Was ist das?